Believe, you've got to believe, you've got to believe. Radley. Der Name spricht bei diesem Swatch-Chronographen für sich. Made in Swiss steht für präzise Technik. Das schwarze Aluminiumgehäuse ist aus einem Guss. So ist das Uhrwerk vor schädlichen äußeren Einflüssen gesichert. Auf dem Topring ist eine rote Tachymeter-Skala aufgedruckt. Einfach kann so Geschwindigkeit gemessen werden. Mit einer Münze kann die Batterie bequem selbst gewechselt werden. Modische Sportlichkeit zeigt der Träger dieser Uhr. Auch von Damen kann dieser Chronograph gut getragen werden. Das rote Silikonband ist angenehm weich und anschmiegsam. Geschlossen wird es mit einer schwarzen Dornschließe. Eine deutliche Datumsanzeige befindet sich bei der 4. Sekundengenau können Zeitintervalle bis zu 60 Minuten gemessen werden. Die breiten Zeiger sind mit umweltfreundlicher Leuchtmasse versehen. So sind sie auch im Dunkeln stets gut sichtbar. Die Trendfarbe Rot zieht sich modisch über die gesamte Uhr. Vom Armband über das Gehäuse bis zu Akzenten auf dem Zifferblatt. Garantie und Bedienungsanleitungen sind der Geschenkpackung beigelegt. Die Trendfarbe Rot